Terrorist-Hand spielen, nur wir beide. Ah ja, mach doch. Ah, no adjustments. Hm, okay. Welche Stufe? Ist mal normal. Aber nur wir beide geht halt nicht. Ah doch. Ja doch. Oh nee, schon wieder aus, dann, Jay. Ist doch cool. Ja, hast du raus. Wen nehm ich denn, wen nehm ich denn? Ja, aber ich nehme ne Terramite. Terramite, dann nehme ich ne Thatcher. Ja. Können wir mal ein bisschen trainieren, wie man, wie man Räume stürmt. Oder? Oder? Lecker. Lecker? Lecker, lecker. Guck mal, wie gut wir im Teamwork sind. Oh, das ist ja gar kein Aufsatz. Hm? Das ist ja gar kein Aufsatz. Ich? Ja. Stimmt, jetzt, wo du es sagst. Und so. Macher? Nein. Ich glaube, die interessiert hier nicht, die gibt's hier nicht. Ja, aber trotzdem kann ja sein, dass man so die... Gib mir mal Deckung, ich werfe mal ne Drohne. Geh und spiel ihn ab. Der Raum ist sauber. Yo. Komplett sauber, der Raum. Das heißt, du könntest, wenn du wolltest, schon rein. Stell dich mal, guck mal, wo die... Oben ist auch nix, guck mal, guck mal hier, stell dich mal hier hin, an die Wand. Warte, ich komm dir mal nach. Kannst du da durchschießen, Maiden? Ne, musst du wahrscheinlich nicht mehr, du musst nur durchschießen gleich. Kannst ja kurz mal... Guck mal kurz in meine Drohne. Jo. Siehst du die zwei da? Ja. Ich markier sie dir, dann kannst du durchschießen, okay? Ey, da ist was davor. Ja, du hast den getroffen, du hast den getroffen. Einer kommt. Hab ich. Der zweite kommt auch. Kommt auf uns zu. Warte, ich komm mich grad um den Bomber. Hab ich. Kommt noch ein Bomber? Hab ich schon. Noch einer. Hab ich auch. Hast du gesehen, hä? Mad aim, oder? Hast du gesehen? Mad, mad aim. Mad Max. So, cover mal wieder. Ich geh mal wieder in die Drohne. Rechter Raum. Sauber. Ich geh in den linken Raum rein. Bisschen C4. Sonst aber sauber. Du hast ja einen Tetscher, der macht ja zu viel. Ja, das ist aber nur ein C4 an der Wand. Dann in der Küche ist alles voll mit C4. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter in die Küche, oder? Ja. Also durch den Gang, durch und dann links rein. Ja. Ich mach jetzt mal Einzelschuss. So, dann komm ich jetzt hier. Okay. Dann los. Geh vor. Da ist links rein in die Küche, oder was? Pass auf, da ist ein Stacheldraht. Ich geb dir so lange Deckung. Da ist es auch zu viel. Ich werfe EMP in die Küche. Okay. Jetzt einer. Hab ich. Mal noch ein bisschen zu viel kaputt. Ich hab die linke Seite. Sag mal. Ich geh rechts lang. Ich geh links. Du brechst die Tür im Blick. Das ist viel sauber. Okay, dann bleib du mal da. Dann mach ich wieder die Drohne. Da rechts um die Ecke ist direkt zwei. Ganz bisschen durch die... Warte, ich markier'n dir, dann kannst du durchfeuern. Ah, nee, da ist noch ne Wand dazwischen. Sorry. Nicht gesehen. Oh, Flash, Flash, Flash. Ich bin hinter dir. Ich cover. Ich hab auch die Tür im Visier. Ich könnte ja mal ne Frack-Kanade da reinhalten. Soll ich nochmal gucken? Dann sag ich dir, ob du ne Frack werfen kannst oder nicht. Ach, guck nur mal. Go and spin it open. Yo. Wirf. Okay, dann rechts um die Ecke ist noch einer hinter nem Schild. Hab ich. Okay, ich geb dir die Deckung. Aber da redet noch eine. Ja, ich geb dir die Deckung. Ich bin hinter dir, genau. Wenn du geduckt bleibst, kann ich einfach über dich schießen. Ich bleib einfach aufrecht. Noch einer hinterm Schild, hab ich. Ich hab die linke Seite. Okay. Deck du den Gang runter, dann geh ich zuerst durch. Okay, dann nehm ich. Was, weil ich den Gang runter? Warte, ich decke rechts von dir. Ja, genau. Ich decke das Schild. Es kommt, er kommt nicht mehr. Hier, wir können schon viel C4 piepen. Ich glaub, in dem Raum hier rechts neben uns. Ich werfe mal eine EMP rein. Yo. Du hast das Licht ausgegangen. Ja, das Licht geht auch aus. Ich gehe rechts in den Raum rein. Okay, sauber. Treppe, sauber. Okay, ich gehe vor. Ich guck mal hier. Ist auch sauber. Hier war doch einer drin. Ne, der war hier vorne. Ne, hier ist aber nicht. Warte, dann hole ich die Drohne nach. Zur Deckung. Ah, die ist hier wahrscheinlich drin. Von hinten kam gerade einer. Ja, ich guck hier in den Raum rein. Okay, dann geh ich. Da ist er wahrscheinlich hingegangen. Gehe ich von der anderen Seite. Ich gehe um die Ecke. Ich sehe den Raum. Siehst du? Ja, ich bin... Nicht, der Raum ist leer. Die sind wahrscheinlich unten. Sagen wir, wir müssen hier runter. Dann komm rüber. Dann gehen wir runter. Ich hole nochmal meine Drohne. Sollen wir nicht erst mal gucken, ob über uns was ist? Willst du lieber erst oben gucken als unten? Wenn ich dann... Na gut, dann decke ich halt hin. Du möchtest, wir können doch erst hoch. Ja, lass uns erst mal oben sauber machen, falls da was ist. Dann kann man wenigstens... Achso, das hier... Hier ist ja ein Ende. Deswegen, weißt du? Ich sehe hier oben gar nichts. Nee, jetzt keiner. Ist ja dann ganz oben drauf, aber... Nö, da ist nix. Ich sehe jetzt auch nichts. Na gut. Jetzt guck ich nach unten. Treppe runter direkt geht erst mal. Okay, soll ich gehen? Ja. Ich komme hinterher. Da liegt Stacheldraht. Jo. Warte. Hier... Können, also... Guckt keiner nach hinten gerade jetzt. Ja, ja, von hinten kommt jetzt aber auch erst mal keiner. Sag ich jetzt mal. Hier hinter der Wand ist irgendwo einer. Feuern wir mal zusammen durch. Also ich feuer hier durch. Und du kannst ein bisschen weiter... Oder warte mal, ich guck mal um die Ecke. Ich kann ja kurz mal durch die Drohne gucken. Dann auch hier durch die Tür gehen. Ja, okay, in demselben Raum ist eh keiner. Der ist erst ein Raum weiter. Da ist einer. Hier ist auch keiner. Ja, da wo der lag, ist jetzt erst mal nix mehr. Komplett leer alles. Steht ein Schild, hinter dem keiner ist. Ich bin jetzt schon vorne beim Stacheldraht mit der Drohne. Da ist halt ganz viel Stacheldraht. Aber da ist auch nix mehr. Oh, da ist noch Holz von, da können wir auch durchbrechen. Ne, müssen wir auch gar nicht, da ist nix. Der ganze Keller ist leer. Ja. Bin jetzt einmal durch. Jetzt gehen wir nach vorne einfach durch. Na, dann gib mir mal Deckung beim Draht wegmachen. Da ist das viel. Okay. Hast du noch voller HP? Ja. Nice. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hoch. Das heißt, wir müssen nur oben. Geh du schon mal ein Stück weiter raus. Ich komme mit der Drohne nach. So, Treppe hoch. Hier oben haben wir wieder einmal C4 und einen Kerl. Habe ich markiert. Sonst sehe ich hier erstmal noch nichts. Das heißt, wenn ich da eine Nate reinwerfe? Genau, wirf direkt eine Granate rein. Sonst ist der Raum leer. Also es ist noch ein C4 oben rechts in dem Raum, aber dann ist erstmal nix mehr. Der Gang ist dann auch erstmal sicher. Dann komme ich jetzt mal nach. Hast du ein C4 weggemacht, oder? Ne, da hast du nur ein paar Punkte, kriegst du da einen Tetscher. Ja, aber dafür werf ich keine, keine, keine EMP hin. Hinter uns hinten, was? Durch die Wand, durch die Wand, hier. Yo, 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 yo. Da scheinen mehrere. Habe ich auch erwischt? Boah, da ist noch einer. Ich noch einen. Noch einer? Ja, ich habe... Okay. Komm, schlägst du das ein? Ja, okay. Ich steck dich. Da ist C4 am Bett. Weg. Hier ist ein Ausgang nach draußen. Kommen die zwei Räume wieder zusammen, oder? Hier ist noch verstärkt. Hier hinten im Nebenraum. Warte, dann komme ich mal Drohne. Achso, okay. Wenn sich das lohnen würde, würde ich da durch die Wand halten. Ja, ich guck mal. Ich komm doch in den Raum, übrigens vor allem rein. Ich kann nicht stecken. Also, du kommst da rein, da hast du dann einen anderen Gang als ich. Also, es ist nicht verkehrt. Breach mal. Zeit, um ein paar Hörer zu schreien. Kannst schon loslegen. Bist du wieder raus aus der Drohne? Kannst, ja, kannst loslegen. Hier we go. Stay back. Ich bin durch. Hier ist gleich nochmal verstärkt. Wir haben drei, drei Punkte erschossen. Ich bin hier direkt gegenüber von der Horsage, wahrscheinlich. Soll ich hier gleich nochmal durchbreachen? Warte, ich weiß nicht, was da ist. Das ist direkt der Horsage Raum. Das ist der Horsage Raum. Okay, dann komm ich mit der Drohne nochmal. Links keiner. Horsage Raum, keiner. Da höre ich C4. Und Treppe nach unten ist auch wieder sauber. Also, es ist kein Gegner sichtbar. C4 habe ich kaputt gemacht. Kannst sozusagen aufräumen. Dronen bereit. Ich sehe jetzt gerade kein C4 mehr. Aber war glaube ich nur einer. Wollen wir dann hier über das Dach raus? Ja, ich denke, es wird sich anbieten. Ich würde sich für die Filmer. Hätte ich sogar ein paar Granaten werfen können. Soll ich die Droh... Ich nehme die Horsage. Ich nehme die Horsage. Okay. Okay. Du hast die genauere Waffe auf die Entfernung. Dann müssen wir raus. Genau andere Seite. Okay. Oh, da kann einer von innen kommen. Okay. Ich sehe halt nichts hier raus. Ich sehe da nichts raus. Es ist zu dunkel. Kurz bei dem Spasti in die Fresse geschossen. Ja, das ist genau in meiner Schusslinie. Ja, sorry. Ich dachte, da kommt keiner. Gehen wir ein bisschen außen rum. Er steckt die ganze Zeit nach hinten ab. Oh, das ist gut. Ist doch auch nochmal lang, oder? Ja. Oh, die Position ist gar nicht mal so klug. Ich gehe raus. Kann ich nachkommen? Ja. Wenn man direkt mir nachläuft, dann siehst du erstmal keinen Gegner. Nichts von uns läuft was, glaube ich. Alter, er stirbt. Wie kommt man da hin? Ja, wir müssen unten lang wahrscheinlich. Ja. Wie kommt man da hin? Wie kommt man da hin? Hast du den nate geworfen? Ja. Jo. Junge, Two-Man-Squad gibt einfach 425 Extra-Punkte. Wir haben ja auch alle zerlegt. Das war sauber, oder? Das war clean. Oh, ich hab sogar eine Challenge gemacht. Echt? Scheint. Ich bin beeindruckt, wie gut das jetzt gerade funktioniert hat. Äh, Menu, oder? Nö, ach komm, eine machen wir nochmal, oder? Na, alles klar. Vor der Hate und so kommen, die wollen ja dann auch gleich kommen. Einfach mal Terrorist-Tun. Wie gesagt, so bis um 2 hab ich Zeit. Hm. Äh. Ich hab hier einen Fuse gemacht. Mal jemand anderen. Dann nehm ich den Twitch. Nehm eine Stunk-Granate. Ich hab ne HE. Soll ich eine Bierchen-Charge mitnehmen? Kannst du mal auch machen. Das wäre es wahr. Mal Lust auf die Farmers. Okay. Hä? Ich dachte Twitch wäre eine Frau. Hey. Ist auch eine Frau, oder? Ich hab keine Ahnung. Ach, wir müssen einfach nur alle Geekker töten, okay? Oh. Wollen wir oben anfangen? Ich wollte auch gerade mal überlegen. Besser. Meinst du? Ja, ja. Ich bin von o- Ich bin bei sowas oben immer gut. Okay. Wollen wir hier rein, oder? Bist du aber schwul. Da bist du ja gleich ganz... Warte, lass mich erst mal... Warte, lass mich erst mal mit, ähm... Ja, aber da will ich nicht rein, weil dann bist du gleich ganz unten. Ich will mit der Twitch-Drohne erst mal gucken. Ja, aber da gehen wir eh nicht runter. Ja, der ist da in dem Raum drin. Warte, den will ich jetzt tasern. Ja, der ist da. Ah. Oh nein, hat er mich. Oh. Alter, was die aushalten? Mh. Jetzt kommt er. Er ist Iron Man. Ja, dann kannst du doch noch einmal, dann musst du noch einmal den Kopf treffen, dann ist er weg. Wollen wir hier runter? Ja. Dann los. Wird schon sein. Oh, da ist einer. Hab ich schon. Direkt unter uns war einer. Ja, einer ist noch grad die Treppe hoch. Bomber? Hast du links die nicht mehr her? Ja, okay. Ich dachte wir wollten erst hoch. Ja, ja. Dann deck du nach unten, dann guck ich mir das hier oben mal an. Hm. Reden viele, aber ich seh keine. Gang ist soweit sauber. Jo, hier ist auch komplett sauber. Jo, hier ist auch komplett sauber. Wunder, dass du immer mehr Kills hast, finde ich ja nicht. Irgendjemand muss ja nach hinten decken. Ja. Das war ich auch sehr gut, wir sind bis jetzt noch nicht von hinten gestorben. In dem Raum, wo du eben den eingeholt hast, hab ich. Ne, war noch irgendwo einer. Ja, jump schon, jump schon. Ja. Hier geht's wieder raus, gell? Ich glaub wir müssen die Treppe, wo wir... Ja, da geht's wieder runter. ...reingekommen sind, nach unten gehen. Ja. Ja. Haben wir schon oben alles? Ne, ne, ne. Wir müssen jetzt erstmal auf die andere Seite gehen, hier rüber. Ja. Ja, hier ist noch ein riesen Büro, Aufzug, Gang, da ist dann die Halle. Genau. Da müssen wir auf jeden Fall lang. Ja, mal lang. Ich bin hinter dir. Ja. 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 Einer links weg. Einer rechts weg. Okay, dann gehen wir bekreuzt rein. Rechts sauber. Ich geh weiter in den Raum. Links sauber. Raum leer. Ja. Ich bin jetzt hier, wo man in die große Halle runtergucken kann. Ja, bei mir ist hier noch ein Raum mehr. Warte. Ja, ich steck hier ab. Jo, jetzt kann ich auch in die Halle gucken. Kann in die Halle gucken. Eine Halle weg. Weiß nicht. 2 Halle weg, Granate, pass auf. Weiß nicht, ob Halle so gut ist von da, wo ich bin. Ich bin auf der Treppe. Okay, dann komm ich hinterher. Nein, ich könnte auch nicht, ich könnte springen aber. Schüsse? Von wo? Warte, warte, ich weiß. Irgendwie wir von dem Fahrstuhl. Gehen wir da lang? Ja. Kommen wir jetzt zur Treppe, wo wir reingekommen sind. Was? Nachladen? Ich deck den Gang. An der Treppe. Hier sind die Büros. Klaher gerade auf der einen Seite weg. Da steht noch einer auf der Treppe. Habe ich... Gehen die Büros rein? Ja. War einer. Büro sehe ich bis jetzt gar nichts. Geil, im Büro war einer bisher. Bleib mal da, ich check kurz den Raum da hinten. Okay, sauber. Was prinzip? Hier ist auch sauber. Und jetzt einen holst, ne? Schade. Ja. Wir müssen nach unten in den Tresorraum, wenn noch. Ja. Gehst du refill? Ja, wenn ich Cluster charge, kann ich nicht refillen, gell? Du musst doch. Ja. Ich nur noch 5. Ich glaube wir müssen runter in den Tresor noch. Ja, ich glaube es auch. Bist du da? Ne, ich bin gerade in der Drohne. Geh schon mal runter. Jo, also bisher ist Treppe runter alles sauber. Wo ist alles voll mit C4? Alter, ich habe keinen Gegner gefunden. Geh rein. Jo. Drone ist ein Gold. User disconnected from your channel. Da kommt gleich mit der Drohne bei dir. Siehst du ihn oder ist da jemand? Ich habe gedacht da wäre jemand, aber ich war nicht so. So hier der Tresorraum ist auch leer. Der Raum nach dem Tresorraum mit dem Gold ist auch leer. Dann ist hier dieser Raum mit ganz viel C4. Ohohoho, zum Glück bin ich da nicht reingelaufen. Da ist alles voll mit C4. Da müssen wir auch nicht durch. Ja, da müssen wir doch wieder hoch. Dann ist hier unten keiner mehr. Hier sind die Serverräume. Serverräume sind auch leer. Guck mal in der Garage. Hier ist einer. Endlich mal einer. Und spielt hier bloß zu zweit oder was? Ja, wir spielen zu zweit. Was ist denn mit den anderen beiden hier? Ich weiß noch. Die wollten doch extra spielen. Tja. Ich bauch dich so. Aber hier ist ein Schild. Da oben ist einer. Markiert. Ich markiere die nicht aus Spaß. Ich wusste nicht, dass da eine Treppe ist. Gehen wir mal hoch, oder? Jo. Weg nach hinten. Guter Mann. Ich guck so gerne auf deinen Hintern, das Romain. Okay. Na dann, weg mit den. Einer noch. Lass mich, lass mir den. Da noch ein Krill mal. Findest? Ist doch genug. Wer ich hinter der Wand hier? R4, L4. R4, L4. Hähm. Er hat geblendet. Heu. Das war bei der Gegner, der hätte ich geblendet. Da kam er auch gerade raus. Lupp. Success. Spielst du mit H8? Weiß nicht, bist du noch krank? Nein. so die ohren geplatzt aber jetzt aber auch ich habe jetzt ein ding für das ich hätte das machen kann ja was du nicht das vergisst du aber immer